Christian Steffen mein Name. Ich bin Immobilienmakler im Peasport, das ist in der schönen Mose. Ja, mein Name ist Dirk Küppers. Ich bin seit Ewigkeiten, genauer genauer seit 1979 Makler. Mein Name ist Jessica Eberhardt. Ich bin seit fünf Jahren tätig als Immobilienmaklerin. Was war dann letztendlich der Grund, in das Coaching zu gehen? Es war einfach viel zu viel. Es war von allem zu viel. Also alle Unternehmensabläufe haben auf mich gezeigt. Es war große Verwirrung. Ich glaube, Unternehmensberatung war auch der Suchbegriff. Und dann habe ich echt geguckt, boah, das geht nicht. Ich muss mir das doch irgendwo abgucken können. Innerhalb des Coachings, was ja dann der Nächste sein wird, für die nächsten fünf Monate sechsstellige Umsätze machen. Wenn du es selber machst, brauchst du eine unglaubliche Zeit. Und da reden wir über Jahre. Ein Coaching führt dazu, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, die ich jetzt auch mit euch gemacht habe, dazu, dass du die Ergebnisse ja viel schneller bekommst. Und schneller heißt ökonomischer und preiswerter. Ich hatte Kontakt zu einer Auftraggeberin, die aber einfach nicht unterzeichnen wollte. Eigentlich alles gestimmt, aber irgendwie, ich kam nicht weiter. Wir haben gesprochen, du hast mir ein paar Tipps gegeben, war ich wieder vor Ort, hab mir der Dame gesprochen, umgesetzt, was du mir ans Herz gelegt hast, sie hat unterschrieben. Mein Name ist Heinz Bosbach und ich bin der Geschäftsführer der Bosbach Consulting GmbH. Ich bin davon überzeugt, dass meine Blaupause ihr Unternehmen und sie als Unternehmer aufs nächste Level bringen wird. Sie erhalten von mir ein kostenfreies Coaching von 60 bis 90 Minuten, in dem wir Folgendes herausfinden. Erstens, was ist Ihre aktuelle Situation? Zweitens, wie Sie das Thema Akquise, Einkauf und Verkauf auf unternehmerischem Weg lösen und wie Sie ganz konkret mehr an, anstatt in Ihrem Unternehmen arbeiten. Klingt das interessant für Sie? Dann klicken Sie jetzt auf den Link und sichern sich Ihre kostenfreie Coaching Session. Ich freue mich auf Sie, Ihr Heinz Bosbach.